Einer der wichtigsten Themen, einer der wichtigsten Kriterien für Führungskräfte, für Unternehmer, für Selbstständige, für Menschen, die Erfolg haben wollen, ist die Fähigkeit, sich selbst zu führen. Mit anderen Worten, wer sich selbst nicht erfolgreich führt, erreicht nichts im Leben. Und in diesem Video erfährst du, was du tun kannst, um deine Selbstführung nach vorn zu bringen. Ich bin vor kurzer Zeit gefragt worden, Andreas, sag mal, was ist denn das erste Buch, was du geschrieben hast? Und dann habe ich gesagt, das ist das Buch, Go, die Kunst, das Leben zu meistern. Ein paar Jahre her, siebte oder achte Auflage, ich meine 2004 wäre das entstanden. Und dann hat der Teilnehmer mich gefragt, Andreas, was hat dich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Ganz einfach, habe ich ihm gesagt, ich war in einer Situation, in der ich nicht wusste, wie mein Leben weitergeht. Ich hatte berufliche Schwierigkeiten, finanzielle Sorgen, ein paar persönliche Dinge, die ich nicht wusste, wie ich die so richtig lösen würde. Und erinnerte mich damals an die Aussage meines Lehrers, der mal gesagt hat, Andreas, wer vor der Tafel steht, kann nicht gut rechnen. Du brauchst etwas Abstand. Und was habe ich also gemacht in dieser Situation? Ich habe mich besonnen auf das, was der Kern, der Kerne des Kerns dessen ist, was mich ausmacht. Und habe dann ein Konzept entwickelt, das sogenannte Lebensratkonzept, was wir heute auf drei Lebensbereiche komprimiert haben. Und es geht im Großen und Ganzen dabei darum, etwas zu haben, eine Idee zu haben, wie du dich und dein Leben führst. Ganz unabhängig davon, ob du Führungskraft bist, ob du Manager bist, ob du Selbstständiger oder Unternehmer bist. Eins haben wir alle gemeinsam, wir alle führen ein Leben. Und deswegen ist es gut, über diese Lebensführung, über diese Selbstführung einmal grundsätzlich nachzudenken. Was kannst du tun, um deine Selbstführung in den Griff zu kriegen? Was kannst du tun, um deine Selbstführung in Anführungsstrichen nach vorn zu bringen? Der erste Punkt ist mal, und ich glaube, das ist wichtig, sich hinzustellen und zu überlegen, was sind Dinge, die mich ausmachen? Was charakterisiert mich? Was sind Stärken? Was sind Dinge, die mir leicht fallen? Wo ist die Energie stark? Wo ist die Leidenschaft, leicht zu entwickeln? Und das ist auch, was ich gemacht habe. Das ist der Kern der Kerne, des Kerns von Andreas Buhr. Und habe festgestellt, dass ich im Kern jemand bin, der, ich glaube, relativ gut schwierige Zusammenhänge leicht erklären kann. Und zwar so erklären und darstellen, dass es ein ziemlich breites Publikum gut nehmen kann. Das hat auch was mit Kommunikation zu tun. Das hat was mit Verkauf zu tun. Und das war eben die Entscheidung für mich, mich wieder zu konzentrieren auf Dinge, die ich wirklich, glaube ich, besser kann als andere. So kam dieses Buch zustande. Und es ist entstanden während unserer Bergtage-Idee. Diese Bergtage-Idee sind zwei Tage im Jahr, die du dich an festen Terminen rausnimmst aus der Gleichung. Also quasi rausnimmst aus deinem Hamsterrad, um mal von oben zu schauen, rückwärts gewandt. Was hat das letzte Jahr gebracht? Was ist dir gut gelungen? Ich habe es so für mich definiert. Was ist mir gut gelungen? Bezogen auf meinen persönlichen, privaten und beruflichen Bereich. Wo stehe ich heute? Während diese Bergtage laufe, diese ein, zwei Tage, wo ich mich rausnehme aus allem. Und dann blick in die Zukunft, was soll das nächste Jahr passieren? Was will ich, dass im nächsten Jahr passiert? Was will ich fokussieren? Bezogen auf meinen persönlichen Bereich, bezogen auf meinen privaten und auf meinen beruflichen Bereich. Also es beginnt alles bei mir selbst. Selbstführung hat was zu tun damit, dass du auf deine innere Stimme hörst. Dass du Prioritäten setzt. Dass du dem nachgibst, was da ist. Dass du auf deine Stärken hörst. Dass du die Stärken verfeinerst. Dass du Talente mit Übung und Training versiehst und Stärken nach vorne bringst und dann eine Kompetenz entwickelst. Und dass du das, wie ich finde, dann auch tatsächlich aufschreibst. Wir sagen, Mentales wird Reales über den Hilfsweg der Verschriftung. Was ich aufschreibe, also mit anderen Worten, was ich mir vornehme, was ich tun will in Zukunft, was ich mir aufschreibe tun zu wollen, hat mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Chance, auch Realität zu werden und Wirklichkeit zu werden. Und wenn das notiert ist und die Themen klar sind und daraus klare Ziele formuliert sind, also was will ich für mich persönlich, privat und beruflich tatsächlich erreichen, was will ich fokussieren, vielleicht auch, was will ich weglassen. Manchmal muss ich Dinge tatsächlich weglassen und mich auch von Dingen verabschieden, gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo wir ein Überangebot an Informationen und an Anregungen haben, kann das manchmal sehr hilfreich sein, zu sagen, ich will fokussierter sein, ich will mich konzentrieren, will mich auch verabschieden von Dingen, die mich nur ablenken und nicht wirklich weiterbringen. Und dann mache ich mir eine Eintragung in meinen Terminkalender, alle 100 Tage gucke ich mal, ob das, was ich mir vorgenommen habe, während dieser Bergtage zu tun, auch etwas ist, wo ich so auf dem Plan bin. Muss ich gegebenenfalls nachjustieren, muss ich in irgendeiner Form Dinge runternehmen von der Planung oder dazunehmen. Und wenn wir das weiter kleiner machen, auf den Monat, auf die Woche, kommen wir am Ende raus bei einer sogenannten stillen Stunde, wie ich die nenne, ist der Termin, den ich mit mir selber mache, wo ich mir bezogen auf die letzte Woche wieder überlege, was habe ich erreicht, was ist gut gelaufen, was hätte anders besser laufen können, um mich dann auf die kommende Woche zu fokussieren, was will ich in der kommenden Woche tun. Und diese stille Stunde, dieser Termin mit mir selbst, ist ein regelmäßig stattfindender Termin, immer an einem Sonntag, jede Woche, 52 Wochen im Jahr, um genau zu schauen, was war, was ist jetzt und was kommt in der kommenden Woche auf mich zu. Bis hin zu der Idee, das täglich zu tun. Und da gibt es den Begriff der sogenannten Tiefenstunde. Was ist die tiefe Stunde? Die kann auch eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde sein. In dieser Tiefenstunde, die ich jeden Tag für mich in Anspruch nehme, die zu haben und zu nutzen, bin ich wirksam bezogen auf meine Projekte, konzentriert an E-Mails zum Beispiel, konzentriert an einem Konzept, wenn es um ein Buch geht, konzentriert an einem Konzept, wenn es um ein Seminar geht. Ganz konzentriert wirksam sein, sich rausnehmen von allen Ablenkungen und ganz bewusst zu Ergebnissen kommen. Und dann gibt es zum Schluss die Idee, ein sogenanntes Erfolgs- und Motivationstagebuch zu führen. Ich werde immer gefragt, sag mal, Andreas, hast du sowas selber eigentlich auch? Und dann sage ich, ja, das habe ich, das ist mein schwarzes Buch. Und das sind die Einträge vom letzten Jahr. Das werde ich jetzt demnächst dann neu machen müssen, es sind auch noch ganz wenige Seiten frei. Und da habe ich zwei Fragen für den Morgen und drei Fragen für den Abend zum Abschluss für dich. Erste Frage für morgens, was wage ich heute? Mach dir morgens klar, was es ist, was du wagen willst. Was ist deine rote Linieübung, was willst du fokussieren, was willst du wirklich heute machen? Die zweite Frage, warum lohnt sich der heutige Tag? Was ist etwas, was den Tag für dich lohnenswert macht? Und dann, wenn du abends nach Hause kommst, kurz bevor du ins Bett gehst, überleg dir drei weitere Antworten auf die Fragen. Erste Frage für den Abend, was habe ich heute lernen können? Schreib dir auf, was heute für dich intellektuell neu dabei war. Vielleicht ist nichts dabei, dann hast du nichts aufzuschreiben, aber die Frage ist die Frage. Die zweite Frage ist die Frage, worüber habe ich mich von Herzen gefreut? Gibt es Dinge, die dein Herz erreicht haben? Kannst du das notieren? Und die dritte und letzte Frage für den Abend ist die Frage, wofür bin ich dankbar? Ich sage, lieber Gott, gib mir die Gabe, zu schätzen, was ich habe. Und die Dinge, die da sind, wirklich mit Dankbarkeit zu unterschreiben, auch dankbar zu sein für die Dinge, für die Chancen, die da sind, die sich bieten, hilft dir, übrigens mit dir selber gut umzugehen, übrigens auch wahrscheinlich besser zu schlafen, um dann am nächsten Tag wieder besser zugreifen zu können und die Dinge fokussieren zu können. Also, was kannst du tun, um deine Selbstführung nach vorne zu bringen? In der Zusammenfassung, Bergtage verabreden, alle 100 Tage einen Zwischentermin machen, eine sogenannte stille Stunde in der Woche, also klassischer Termin mit mir selbst, eine tiefe Stunde während des Tages und ein Führen eines solchen Erfolgs- und Motivationstagebuches. Mach es auf deine Weise, denn immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Büchlein her. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick gleich hier, dass du weiter informiert sein willst, gib uns ein Like, gib mir ein Like, bleib inhaltlich frisch, dann sehen wir uns wieder.